Nachdem der R5 E-Tech Electric, der im Frühjahr präsentiert wurde, richtig, richtig gut angekommen ist, ist jetzt der R4 dran, der noch ikonischere Renault Klassiker, der jahrzehntelang an jeder Straßenecke stand und zwar nicht nur in Frankreich, sondern eigentlich so gut wie auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, wo er das typische Studentenauto der 80er Jahre war. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von mobile.de. Ich bin Elias und stelle euch heute den neuen Renault 4 E-Tech Electric vor. Der große Bruder des R5 steht auch auf der Konzernplattform Ampere Small. Er ist aber kein klassischer Kleinwagen, sondern wird eher als Crossover-SUV klassifiziert. Eigentlich bin ich ja wirklich kein SUV- und Crossover-Fan und ich finde es auch ein bisschen blöd, dass alles jetzt in die Richtung getrimmt wird. Ich finde aber, zum R4 passt es ziemlich gut. Der neue übernimmt die Proportion des Originals und transportiert das Ganze in die Neuzeit. Und zwar ziemlich originalgetreu, auch wenn es natürlich so Crossover-typische Details wie diese Kunststoffbeblankung gibt. Mit einer Länge von 4,14 m ordnet sich der R4 größenmäßig in der Mitte von Renaults B-Segment ein. Er ist nämlich 9 cm länger als sein Clio, gleichzeitig aber auch 9 cm kürzer als der Captur. Im Vergleich zum R5 ist er 20 cm länger. Der Elektro R4 ist 1,80 m breit und 1,57 m hoch. Er ist also genau gleich hoch wie ein Captur, obwohl er 1,2 cm mehr Bodenfreiheit hat. Ich finde, das Ganze steht dem Auto echt gut und es passt auch ganz gut, weil auch der Ur-R4 ziemlich hochbeinig dastand und lange Federwege hatte. Die Front ist designmäßig auf jeden Fall das Highlight und man sieht direkt, welches Auto hier Modell gestanden hat. Besonders stolz ist Renault auf diesen Grill mit den Scheinwerfern hinter Glas. Das erinnert mich sogar so ein bisschen an den Alpine A310 und Citroën SM war damals in den 70ern voll im Trend. Das ist scheinbar der größte in einem Stück gefertigte und beleuchtete Grill überhaupt. Der ist ganze 1,45 m breit. Im Profil haben die Designer dem R4 diese drei Kerben ins Blech gestanzt und diese sollen an die Kunststoffbeblankung des späten Facelift R4, des R4 GTL erinnern. Typisch für den Ur-R4 war dieses dritte Seitenfenster in der C-Säule, das wir auch beim Elektro R4 finden, genauso wie die Rückleuchten, die die Form des Originals imitieren. Obwohl der R4 einen Ticken kürzer als der Captur ist, liegt das Kofferraumvolumen mit 420 Litern ungefähr auf dem gleichen Niveau. Besonders erfreulich ist aber, wie gerade der Kofferraum geschnitten ist und wie niedrig die Ladekante ist. Der R4 soll der praktischere Bruder des R5 sein und er ist tatsächlich auch ziemlich variabel. Die Heckklappe kann zweigeteilt umgeklappt werden, genauso wie der Beifahrersitz. Das hat er allen anderen Elektro-Renault voraus und so kann man auch mal ein kleines Schränkchen reinladen. Mein absolutes Highlight beim neuen R4 ist das optionale Faltdach. Eine typische Renault-Spezialität, die es nicht nur beim Ur-R4, sondern auch zum Beispiel beim R17 oder beim ersten Twingo gab. Das Dach wurde zusammen mit Webasto entwickelt und hat eine besonders große Öffnung. So macht das im Sommer wirklich Spaß. Es öffnet sich voll elektrisch und in drei Stufen. Renault verspricht, dass es akustisch, aber keine Nachteile gegenüber des normalen R4 mit Stahldach geben soll. Im Cockpit sind sich der R5 und der R4 sehr, sehr ähnlich. Auch im R4 haben wir einen je nach Version 7 oder 10,1 Zoll großen Bildschirm hinter dem Lenkrad, über den einem die wichtigsten Fahrinformationen beigebracht werden. Außerdem gibt es den 10 Zoll großen Infotainment-Bildschirm. Das Infotainment ist wie bei den anderen Renault-Modellen Android-basiert. Und wie beim R5 gibt es den digitalen Avatar Renault, der unter anderem über JetGPT funktioniert und mit dem unter anderem auch das Faltdach gesteuert werden kann. Der R4 wird in zwei Versionen angeboten. Die Basisvariante Urban Range hat 120 PS, eine 40 Kilowattstunden Batterie und über 300 Kilometer Reichweite. Darüber rangiert die Comfort Range mit 150 PS, 52 Kilowattstunden Energiegehalt und etwa 400 Kilometern Reichweite. Die stärkere Variante beschleunigt in unter 8,5 Sekunden von 0 auf 100, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 kmh begrenzt. Eine Wärmepumpe und eine Vorkonditionierung für die Batterie sind immer Serie. An der heimischen Wallbox oder an einer städtischen Ladesäule lädt der R4 immer mit 11 kW. An DC-Ladesäulen lädt die Basisversion mit maximal 80 kW. Beim R4 E-Tech Comfort Range liegt der Ladepeak dagegen bei 100 kW. Der Elektro R4 soll im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen. Preise hat Renault noch nicht veröffentlicht. Er ist aber zwischen dem Megane E-Tech und am unteren Rand dem R5 positioniert. Er dürfte also einen Ticken teurer werden als der R5, der aktuell bei 32.000 Euro startet. Es geht aktuell aber auch erst bei der mittleren Ausstattung los. Später soll noch eine Version für 25.000 Euro folgen. Ich denke also, dass wir hier so von Preisen ab ca. 28.000 Euro ausgehen dürfen. Und so wie er hier steht, ziemlich gut ausgestattet, wenn nicht sogar voll ausgestattet, können wir auch schon mal bei 35.000 Euro oder mehr liegen. Mir persönlich gefällt er nochmal einen Ticken besser als der R5. Einfach weil er mehr Nutzwert bietet und weil er ein Highlight hat und zwar das Faltdach. So was gibt es außer beim Fiat 500 im Elektroautobereich eigentlich so gut wie gar nicht. Und das bringt wirklich ein Retrofeeling mit. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.